Nun befinden wir uns bei Station Nummer 2, der sogenannte Trailmix. Der Trailmix ist ein 400 Meter langer Singletrail, bestehend aus vielen unterschiedlichen Untergründen. Ziel dieser Station ist es, unterschiedliche Untergründe, wie sie hier im Piztal vorzufinden sind, wahrzunehmen. Hier geht es wieder nicht um Zeit, laufe den Weg einfach und nimm wahr, wie sich die Untergründe für dich anfühlen.